Okay, Puzzle Game. Wir müssen irgendwie an die Schlüsse kommen. Und ich hoffe, sie findet in der Zeit... Hat er es mittlerweile sauber gemacht? Wir haben eine SMS bekommen. Ah, das ist süß. Er bietet uns, dass wir zurückkommen. Das ist echt niedlich. Auch ihre Eltern sind nett. Die unterstützen sie. Wir haben ja Zeit ohne Ende. Das heißt, ich kann mich hier nochmal ganz in Ruhe... Wieso ist der Vogel tot? Das ist einfach nur ein toter Vogel. Was ist daran creepy? Noch ein toter Vogel. Ach du Scheiß. Hier sind ja lauter tote Vogel. Hä? Was ist denn hier los? Erinnert sich jemand an ein Silvester oder beziehungsweise an ein Neujahrsmorgen? Ich glaube vor ein bis drei Jahren. Ich habe keine Ahnung mehr. Da gab es in den Nachrichten diesen Vorfall, dass in den USA in irgendeiner Kleinstadt den Abend nach Silvester... Quatsch, die Morgen nach Silvester ganz viele tote Vögel auf den Straßen lagen und keiner wusste wieso, weshalb, warum. Sie sagten wegen dem Feuerwerkskörpern, aber dann wäre das ja hier überall so gewesen. Das war auch sehr creepy. Guten Morgen. Wie sind die Fische heute? Nicht fragen. Erst der Schnee, dann der Eclipse. Was ist dann? Der Tornado? Hm. Sie haben ja auch einen Punkt getroffen. Ähm, okay. Weg, äh, äh, ah ne. Gott. Spiel spielt jetzt bestimmt schon seit über fünf Stunden und weiß trotzdem nicht, wie man Rewinden tut. Und wir können nochmal mit ihm reden. Ja, Fisch. Oh mein Gott. Okay, also nicht nur die Vögel sterben, sondern auch die Fische hier sterben. Ohne ersichtlichen Grund. Ähm, ob das alles damit zusammenhängt, bleibt noch abzuwarten. Ach, das ist der nette Trucker. Ja, bitte, nochmal. Oh, Sotachi. Laughing a bad day at the office? Work has dried up around here. And I have bills to pay. That sucks. Wish I could drive right out of Arcadia Bay. Whole town is crumbling. Snow, eclips, and a slut trying to commit suicide. Maybe you should leave then. What if I could? να liebenaki Rachel-what's-her-face asked me once if I'd drive her to Los Angeles. You knew Rachel Amber? Can you tell me about her? Ich wünsche, ich kann den Wein runterhauen. Und nochmal. Übrigens, dein Truck. Übrigens, ich wollte mich fragen, ob das dein B**** in 1977, Needham 18 Wheeler da ist. Wie du das kennst? Übrigens, Rachel Amber. Übrigens, meine Freundin Rachel Amber hat mich über dieses cool Rigg in der Stadt, weil ich liebe Bilder von Truckern. Du kennst Rachel? 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 Oh, jetzt ist sie auf einmal ganz freundlich. Ja, kann ich da... Oh, wir können ja mal gucken, ob wir mit der Obdachlose nochmal sprechen können. Woher soll denn irgendjemand wissen, dass du daran schuld bist? Falls du überhaupt daran schuld bist. Das wissen wir auch noch nicht. Ih! Was zur Hölle ist das denn? Sollen das alles Ameisen darstellen, die sich da im Kreis bewegen? Das finde ich sehr seltsam. Das Bild will ich mir gerne nochmal angucken. Tatsächlich, das sieht man ja auch. Das ist ja äußerst seltsam. Äußerst seltsam. Ich frage mich, wie wir dieses Bild hier hätten bekommen können. Hm. Noch mehr Tote Vögel da um. Hallo, Fräulein. Hi. How are you? I remember you. Max. Can I get you something from the diner? I heard about that girl almost jumping off the Blackwell roof. Ähm. Kate? Vielleicht können sie auch noch was zu Rachel sagen. Das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Die scheint eine Menge zu wissen. Hm. Ehrlich gesagt, ja. Ich mag sie. Und ich hab das Gefühl, sie könnte uns Einblicke ermöglichen, die wir so gar nicht haben. Ich fühle mich, dass ich dich so viel als Chloe vertraue. Und du würdest nicht denken, dass ich verrückt bin. Ich hoffe, sie flieht schnell aus der Stadt, obwohl ich nicht glaube, dass sie es macht. Aber es wäre schön, wenn sie das überlebt. Thanks for that storm warning, Max. And, äh, I'll let you know, if I find out anything. Und schon haben wir mal Duted immer. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Ne. Hm, 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 hm. Okay, ich geh schon. Ich hasse Fliegen. Ähm. Gut. Dann gehen wir mal ins Diner und reden mit dem Typen. Um irgendwie an seinen Schlüssel zu kommen. Ich hab noch keine Ahnung, wie wir das bewerkstelligen sollen. Oh, du du. Good Lord, Bacon. I'm ready to nosh again. But I need to get those keys from Frank. Freaking nerds. Okay. Er hat trotzdem noch Tickets gekriegt, obwohl die eigentlich schon ausge... Ausge... Zollt sind? Ähm. Ausverkauft. Dankeschön. Ausverkauft. Kann ich diese Scheiße hier eigentlich ausmachen? Ist ja gut, ist ja gut. Entspann dich. Cool. Mit dir wollte ich schon immer mal reden. Und ihr wollt alle nicht mit mir reden. Doch, der Kopf. Hallo? Haben wir hier noch was? Dr. Hedora, will your team know more after their latest tests? I hope they see more patterns, which gives us an atmospheric temperature. Many local residents of Arcadia Bay have been questioning what has been going on with this crazy weather. We had an eclipse yesterday. A snowstorm two days ago. Which, as most of you know, is not common this time of year. It's unprecedented to be honest with you. The last time that we had a snowstorm with this caliber was over a hundred years ago. All of us are questioning, what is happening in Arcadia Bay? Please feel free to call in and let me know what your experience has been. What do you think this might be? Is this global warming what is causing all of this crazy weather? Viel schlimmer finde ich die Eclipse-Sache als den Schneesturm, den plötzlichen. Ich glaube, den könnte man noch eher irgendwie versuchen zu erklären, als wenn sich da plötzlich der Mond vor die Sonne schiebt, obwohl es eigentlich nicht sollte. Boah, das ist ja hardcore. Das hat jemand durchgestrichen. Das finde ich auch interessant. Überall sind diese Bilder von Rehen, sie hatte auch ein T-Shirt davon übrigens, falls es jemandem aufgefallen ist, finde ich schon sehr auffällig. Frösche, die vom Himmel regnen oder so, meine ich mal gelesen zu haben. Yummy. Ich weiß gar nicht, vielleicht reden wir erstmal mit ihm. You have serious balls, little girl. Aber hanging out with Chloe, playing with guns, and dressing up like Rachel doesn't make you cool or tough. But what the fuck do you want? Take a picture of me and I'll break your fucking camera. How do you know these are Rachel's clothes? Because she looks beautiful in them and you look like ass. You're lucky I just took that gun from you. Ich würd gern mit Nathan anfangen. Einfach aus Prinzip. Hallo Nathan. Oh, next. Ähm. Vater, drugs for sale, next. Rachel and Frank. Vielleicht weißt er ja was darüber. Okay, ich würd aber trotzdem noch weiter mit ihm sprechen. Holy shit, what do you want now? Holy shit. Ähm, drugs for sale. Listen Nathan, I'll take back everything I said about you. If you hook me up with Frank, know what I mean? You look like you've never even taken a hit of baby aspirin. How do you think I stay wired all night studying? So is it a deal or not? Okay, dann spulen wir mal kurz zurück, damit wir das nie gesagt haben. Ich weiß gar nicht, ob wir das weitere auch nochmal zurückspulen sollten. Moment. Ich wundere mich gerade, warum manche Sachen deutlich langsamer gehen als andere. Also, das zu rewinden. Ja, ja, ja. Kennen wir alles schon, dankeschön. Kate Marsh. I bet you hoped that Kate Marsh would stay quiet. Idiot says what? Did you drug her? You are so stupid, Max. You think you're so goddamn smart too. Don't push me, girl. You don't want me for an enemy, understand? Do you? Calm down, dude. We're in the diner. Right. Plus, you're an adult now. Okay. Das hat auch nie stattgefunden. Wieso dauert das jedes Mal so lange? Und was ist das für ein Geflüster, was da plötzlich immer lauter wird? Ja, 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 ja. Hallöchen. Dein Vater. Wir haben ihm Hilfe angeboten. Ich würde sagen, das lassen wir als Endstatement. Ähm, dann wollten wir noch mit dem Kopf reden. Ja. Hoffentlich hat er auch einen Kopf. Das wäre gut. Ähm, erzähl mir doch was zu dieser seltsamen Stadt. Und hast du eine Meinung zu Kate Marsh? Hast du auch eine Meinung zu den anderen beiden? Oh Gott. Äh. Die, bestimmt mag er David nicht. Ja, sag ich doch. Die mögen ihn alle nicht so. Der ist halt ein bisschen ein besonderer Fall. Hast du noch was zu sagen über Nathan? Ich dachte, Nathan Prescott repräsentiert Blackwell. Well, you don't make me backwash this bacon. You know what the Prescotts represent? Taking over Arcadia Bay? You're not far wrong, Max. I heard the Prescotts are working on some new big land deals. Mr. Prescott helped out my family once a while ago. So I made a deal with him, that I can't seem to get out of. Man, if I could get one instant replay in life. I'd better finish my breakfast first. Wir können, okay, Moment. Die Information können wir benutzen. Prescott-Deal. Interessant. Also überwacht er Nathan so ein bisschen. Und jetzt das Letzte. Nathan sagte, dass Rachel Amber repräsentiert Blackwell. Mit Frank Bowers. Bowers ain't no student anymore. Sadly, he does represent one side of Arcadia Bay. I want you to stay out of his orbit, okay? He man that rabbit mutt. I heard something about Frank Bowers and his puppy. That boy does love his dog. Especially when the dog is your personal drooling bodyguard. You couldn't bet he trained that poor thing on blood. Gross. I wouldn't bet. Where did he get the pup? Frank used to bet on dog fights. To his credit, he had a revelation. He saved a bunch of the dogs. Kept one for himself. He's still a creep. You and that Chloe stay away, right? Okay. Tut mir leid, aber in dem Moment scheint er kein schlechter Mensch gewesen zu sein. Er hat diesen Hunden geholfen, um die von dieser Kampfszene zu befreien. Und hat einen auch für sich behalten. Ich schätze mal, das ist der, der da auf alles aufpasst. Jetzt weiß man natürlich nicht, wie er mit denen umgeht. Aber was wir letztes Mal gesehen haben im Outro, sah das eigentlich sehr liebevoll aus. Da möchte ich jetzt gar nicht urteilen. Zu seinem Hund scheint auf jeden Fall eine liebevolle Beziehung zu führen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017